Okay, ich bin ein bisschen erleichtert, dass der Alte tot ist. Ich nehme den Mannen und schaue ihn an. Nein, bitte, ich nehme meinen Mannen. Los geht's, Frau Frau. Ich nehme dich nicht an, ich will dich nicht an. Andy, Danny, ist das du? Was passiert da draußen? Das ist ich! Komm hier, lass mich gehen! Lass ihn zurück, nicht hier kommen. Du musst einfach gehen und schnauern. Lass sie gehen, Brenda. Okay. Oh, da ist ein Tommy. Sehr schön. Ich glaube, der muss gleich helfen. Das wisst ihr auch nicht. Sie will mich nicht töten, aber... Ich werde nicht mehr gehen. 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 Dachte ich mir schon, dass jetzt wieder Kuh kommt. Okay. Ich werde nicht mehr gehen. Ich werde nicht mehr gehen. Ja, und jetzt? Muss ich die ganze Zeit Kuh drücken, oder was? Kann mal jemand den Typen erschießen? Ich trink einfach weiter vor sich selber. Okay. Okay. Ich will auch nicht mehr schlagen. Ich weiß, dass sie schon tot sind. Ich werde nicht mehr gehen. Sie sind nicht gekommen. Ich will nicht mehr gehen. Ich hab's verschworen da, als würde ich ihm auch nicht mehr viel bringen. Ach, da oben kommt die Mutter. Sehr schön. Ja, wär doch gelogen. Dass sie kommt. Den auch nicht so, wie er's gerne hätte, wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. 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 Tja, viele schöne Bilder kann man zu dieser Zeit ja nicht mehr machen. Ja. Ich bin einfach nicht so jung wie ich war. Ja. 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 Oh, wir müssen alle gehen. Ja, wir hätten uns getötet. Ach, können wir jetzt nicht einfach zurück zum Motel und dann wird alles gut? Ja, da ist keiner drin. Oh, nein. Ooooooh! Futter! Ja, das wird ziemlich länger nachdenken. Wer hat recht? Wir sagen das nicht. Sollen Sie machen. Sollen Sie nicht? Ja, das habe ich. Lee, da ist ein Hüttchen drin. Wahrscheinlich könnte Clementine fit sein. Clem nicht. Das ist bestimmt nicht schön. Ach so. Ich hab dich, die Frau von der Türen entspricht. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Du kannst du eine Mutter, mein Liefer? Wir werden nicht die Band-Ausgaben holen. Wir werden nicht die Band-Ausgaben holen. Nein. Okay. Wo ist deine Hand? Ich weiß nicht. Kannst du mich finden? Klar. Wann hast du ihn verloren? Ich hatte ihn ein paar Tage vor. Ich versuche, wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn. Wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn. Wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn. Wenn du da bist, dann bist du da. Wenn du da bist, wenn du da bist, dann bist du da. Die Todes nicht sterben. Das ist das Leben, was du hast. Die Menschen, die ich kenne. Die Leute? Sie sind auch. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Okay. Wir müssen uns jetzt nicht vor den Banditen in acht nehmen, denk ich mal. Es gibt nichts mehr. Wir müssen die Hölle rauskommen. Lee, ich brauche mich auf das. Ist das alles, was du hast? Ich habe gesagt, diese Stadt ist verabschiedet. Hast du eine Idee, was wir tun, um alles zu holen? Wir müssen uns weg. Duck war gefragt, ob die Farm vor Nacht. Nicht viel Phase ist erneut. Es beginnt zu ändern. Ich brauche nach der Straße. Geh'em aus, all diese Dinge. Lilly ist nicht so gut, oder? Wir haben sie verabschiedet. Wir haben sie verabschiedet. Vielleicht haben die Leute da drin gelegt. Aber besser als wir, als wir. Es könnten Leute sein, die all diese Scheiße herausfinden haben. Die Leute sind verrückt, wenn sie Angst haben. Manchmal, ja, sie sind. Das ist verrückt. Ich bin derjenige, der diese Gruppe zu halten. Wir können das alles ausrechnen, okay? Wir können das ausrechnen. Ich erzähle dir, was wir ausrechnen müssen. Wir können nicht einen Person das aufrechnen lassen, für alle anderen. Ich will immer mit Scheiße bauen. Okay. Hier. Retter. David, das Bein abgehackt. Du und 84% der Spieler haben sein Bein abgehackt. Das ist ja im Ansatz. Machen sie. Befragung. Jolien, erschossen. Du und sie, 84% der Spieler. Ihr zugehört, bevor der ihn erschossen hat. Ich bin sehr überzeugend. Pragmatist. Es muss geholfen, Larry zu töten. Sollte ich mich jetzt schlecht fühlen? Ich habe das Gefühl, ich sollte mich schlecht fühlen. Ich und 31% haben geholfen, Larry zu töten. Du hast schon nicht sehr viel. Rache. Beide sind John-Brüder umgebracht. Und zwar 80% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Okay. Überleben. Lebensmittel aus dem Wagenstuhl. Du und 44% der Spieler haben keine Vorrede mit. Also die Malt hat es genommen. Ein paar weniger haben sich dann zu klemmen gehalten, so wie wir. Ja, das war anstrengend. Das war wirklich, ähm... Das war schon eine heftigere Episode. Das muss ich schon sagen. Das war schon krass. Naja, naja. Ich hoffe, er hat ein kleines bisschen Spaß. Und dann war es das mit dieser Folge Walking Dead. Mit Hunger und Hilfe. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao. All right. Kiara. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.